Herzlich Willkommen bei den Biegelwielern! Das sind Ulrike und Frank, Ronja der Biegel und Kira unser Bahomi. Seit dem 1. Mai 2022 sind wir unterwegs und würden uns freuen wenn ihr uns in der Zukunft auf unseren Dingen begleitet. Bis dahin, tschüss! Ja hallo und herzlich willkommen zu der Führung durch unseren Biegelwieler. Unser neues Zuhause ist ein englischer Wohnsattelauflieger der Firma 5Wiel und ihr seht, wenn man hineinkommt, wir haben wahnsinnig viel Platz. Hier links ist unsere Arbeitsplatte, das heißt wir nennen es Theke, mit der Kaffeemaschine und dem Biegelwurm drauf. Nicht mehr vermissen möchten wir den kleinen weißen Geschirrspüler, der uns sehr gute Dienste erweist, ebenso wie der Gefrier- und Kühlschrank. Die Küche ist sehr geräumig und bietet viel, viel Stauraum. Sehr schön ist auch der Gasherd, der nicht nur vier Platten zum Kochen hat, sondern einen integrierten Grill und einen Backofen besitzt. Die Wohnlandschaft steht auf dem Slide-Out, das heißt sie wird einfach nur hinaus und hereingefahren und muss nicht umgebaut werden. Ein besonderes Highland ist unsere Dekoband von zuhause. Mein Fränky hat sie mir in abgespeckter Art und Weise wieder aufgebaut und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Wir kommen nun ins Schlafzimmer mit dem großen Doppelbett, das von beiden Seiten zu begehen ist. Ein sehr geräumiges Badezimmer rundet das Ganze noch ab. Wir haben ein Waschbecken, das nicht zu klein und nicht zu groß ist, einen riesengroßen Spiegel, einen Handtuchheizkörper, Frank hat extra eine Trenntoilette eingebaut und eine geräumige Dusche haben wir auch. So, das war's schon und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir wünschen euch noch alles Gute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.